Hier bei Lenovo auf der EFA 2017 hat sich schon so eine kleine Schlange gebildet, denn ihr könnt hier J-Dye Challenges ausprobieren. Ihr seht das hinter mir. Das ist quasi eine Art Spielpaket, bestehend aus Hardware und Software. Die Hardware ist eine Augmented Reality Brille, die zusammen mit eurem Smartphone funktioniert. Dann habt ihr ein sich täuschend echt anfühlendes Laserschwert. Das ist auch nicht zu schwer, passt auch gut für Frauenhände. Und ihr habt noch so einen kleinen Beacon dazu, der dient im Endeffekt dem ganzen System einfach zur Orientierung. Und das Ganze könnt ihr aufsetzen, in euer Wohnzimmer aufstellen. Ihr macht den Beacon an, ihr macht das Laserschwert an, ihr packt euer Smartphone in die Brille, setzt diese auf und es geht los. Und auf einmal steht Kylo Ren bei euch im Wohnzimmer und ihr könnt einen epischen Laserschwert-Battle mit ihm durchführen. Oder ihr spielt Polo-Chess oder ihr stellt die Schlacht von Tatooine irgendwie strategisch nach. Also es gibt verschiedene Spielmodi, die ihr ausprobieren könnt. Aber um ehrlich zu sein, das Laserschwert-Battle ist schon so ziemlich das Coolste, was man damit machen kann. Weil wer will nicht mal mit Kylo Ren irgendwie fighten. Auf jeden Fall, was noch wichtig ist, ihr bekommt quasi nicht nur dieses Jedi-Challenges, sondern es wird auch noch viele weitere Anwendungen geben. Da darf ich euch leider noch nichts verraten. Aber wenn ihr einmal dieses Paket habt, mit der Brille und dem Beacon, dann macht euch darauf gepasst, dass da noch einiges kommt. Und zusammen kostet das Ganze 299 Euro und wird Anfang, Mitte Oktober dann erhältlich sein.